Hallo, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Sarah und ich möchte euch gerne die Koordinationsübung Hase und Jäger zeigen. Dazu beginnt man mit einer Hand, die macht abwechselnd den Hasen und den Jäger. Einfach ein paar Mal hin und her wechseln, bis das Ganze flüssig klappt. Das Ganze dann auch mit der anderen Hand. Und wenn es mit beiden Händen getrennt klappt, beide Hände hochnehmen, die eine macht den Jäger, die andere den Hasen und dann wechselt man das Ganze. Wenn es gut klappt, dann einfach immer schneller werden und man kann das Ganze noch steigern, indem der Hase wegrennt. Probiert das Ganze doch mal selbst aus. Ja. Ja. Ja.